so ladies and gentlemen das immer zurück ja und ich wollte gerne noch mal so ein bisschen meine die kogma geschichte spielen aber irgendwie durfte ich nicht weil der rexas mit dem ich die letzte runde gespielt hatte mit der lulu nicht gekriegt hat weil die gebannt wurde schade aber nur ist Okay, ich habe schon mal keine Passive. 5 zu 10, super, das läuft ja schon wieder wie eine 1. Okay, da ist das blöd. Da ist das blöd. Ich kriege keinen. Ich habe jetzt 2.8. Ich nehme mich doch Hit. Ah, ich Mann auch. 21, 22. 16, 18. Loll, da hat sie aber jetzt nicht mehr. Okay, 17, 21 ist okay. Oh. Jupp, 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 jupp. Hab dich. Oh, ich kriege halt keinen Farben so gut. Ja, Punkt. Ach ja, Punkt. Die Outrangen mich halt übelst. Der Kanone. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. two. 21, 41. Oh, LOLL! Ach komm! Was soll das denn? Hm. Okay. Ach nee, okay ja bitte. Level 6 wird was ungemütlich. Oh, oh, oh Okay, lass es halt wieder Absolutes Highlight Alter Alter! Die hat doch gespielt hier Äh, warten, warten What the fuck Alter, geht's denn noch? Wie lang ist denn diese kack Range? Okay Komm, das ist alles. Oder auch nicht doch, wenigstens was. Ja, nix, sad. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, da kann der gerade helfen. Nix. Da kann dir gerade keiner helfen. Die hat Farben mich halt auch so hart. Ja, die Tower ist weg. 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 Oh, ich kaitchen. Ich bin hier jetzt außen rum. Ich kann jetzt ein bisschen Farm aufholen, das ist ein bisschen zu was. Ich hab halt gerne noch das Sheen gehabt, so bin ich jetzt leider erstmal Boots und Mana Crystal zu kaufen. Hechtauer, hallo. Wer braucht schon eine Karte? Hechtauer. 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 Ah Leute, hör doch auch mit dem Scheiß jetzt. Hier ist xGG. Du hörst bei mir noch ein Hack jetzt an. Oh. 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 Oh Gott, das ist ein Lassende. Aber der steht ja auch 7-3, der Kerl. 7-3! 2 steht in 3. Baut doch, Mittel-Tanky. 3 steht in 4. Das war's für heute. Vielen Dank. kein follow-up sagte 19 minuten 118 das ist aber schon wieder ein spaß hier ok 14 noch dann kann ich mir was ausbauen ich habe sie in den Stegs Sieh, und steckst du. Oh, nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ein bisschen aufs Farm konzentrieren. Ja, 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 da ist er. Da ist er. Ja, ja, da ist er. Ja, ja, da ist er. 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 Jetzt haben wir nämlich ein Problem langsam. Ja, da ist er. 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 Und hier! Vorsicht bitte Leute! Hier! Ja! Äh, Jungs! Minutes! Oh, wo ist die Säule? Ja! Warum zum Fick? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Den größten Fehler den sie gemacht haben war der Jacks der da oben gekümpelt ist. Ja? Und einfach nichts auf die Reihe. Ich meine, der hat den meisten Schaden gemacht. Ist ja schön und gut, aber... Er pusht halt einfach ne Lane. Für nischt. Er pusht ne Lane für nix. Na ja, gut Leute. Bis morgen dann. Hau da rein. Macht's gut. Tschüss.